Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Maik und in diesem Video erkläre ich dir, wie du ganz ganz einfach dein Haustier fotografieren kannst. Viel Spaß mit diesem Video. Schön, dass du da bist, das Video anschaust. Wie immer, wenn es dir gefällt, lass einen Daumen nach oben da, teil das Video mit Freunden und Bekannten und nicht vergessen die Abo-Glocke zu drücken, dann bekommst du immer alle Videos in dein Postfach hinein. Vielen Dank. Ja, heute mal ein kurzer kleiner Quick-Tipp, wie kann man sein Haustier fotografieren, sein Stubentiger, sein Hund, sein Wellensittich, sein Hamster, was auch immer du fotografieren willst, ist völlig egal. Und das ist gar nicht so schwer, denn dazu bedarf es nur weniger Parameter. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt mal hier anhand meines Beispiels. Hier, wir haben zu Hause eine kleine Katze rumlaufen, eine schwarze Katze. Das ist ein bisschen schwierig immer mit schwarzen Katzen, die auch wirklich richtig ablichten zu können. Aber das Gute bei dieser Katze ist jetzt beispielsweise, dass sie halt schöne, gelbe, leuchtende Augen hat. Und das kann man natürlich sehr gut hervorheben. Und was macht man, wenn die jetzt hier durch die Gegend flitzt und irgendwie rumtobt? Ganz einfach, du stellst deine Kamera wie folgt ein. Als erstes einmal stellst du die Kamera in den M-Modus. Der M-Modus ist der sogenannte manuelle Modus. Das heißt, da kannst du alle Parameter, alle wichtigen Parameter deiner Kamera komplett selbst einstellen. Und das wollen wir. Und was du zuerst einstellst, ist auf jeden Fall erstmal eine relativ kleine Blendenstufe. Was ist das mit dem F davor? Also F ist immer die Blende Aperture, nennt sich das auch. Da stellst du so weit ein, wie du kannst, so weit runterstellen, wie du kannst. Also den kleinsten Wert, beispielsweise 2,8, 2,4, 1,8, was auch immer, was am besten bei dir geht. Und welche kleinste Blendenstufe du einstellen kannst, das kannst du ganz leicht rausfinden, indem du mal auf dein Objektiv schaust. Da steht das nämlich konkret drauf. Da steht meistens immer F und dann so ein Schrägstrich und dann 2 Punkt irgendwas oder 3 oder 4 oder was auch immer. Da am besten mal gucken. Und diese Zahl, die da draufsteht, die stellst du dann meistens mit dem Wahlrad hier oben an dieser Kamera beispielsweise, stellst du dann diese Blendenstufe auf jeden Fall erstmal ein. Der nächste Punkt ist einfach dann die Verschlusszeit. Und welche Verschlusszeit nehmen wir jetzt dazu? Ganz einfach, wir müssen so ein bisschen unterscheiden, was macht das Haustier. Also bewegt es sich ganz schnell, läuft es umher und du willst es fotografieren und da liegt es vielleicht nur rum. Wir haben jetzt eine relativ faule Katze, die läuft nicht so viel rum. Die liegt meistens immer irgendwo nur rum. Aber wenn sie sich bewegen würde, dann musst du auf die Verschlusszeit achten. Und hier ist es ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen. Umso schneller sich dein Objekt bewegt, was du fotografieren willst, umso kürzer muss die Verschlusszeit sein. Aber umso höher muss der eingestellte Wert der Verschlusszeit sein. Ich sage jetzt mal, die Katze läuft ganz schnell durch die Wohnung oder der Hund läuft durch die Wohnung. Dann brauchst du eine sehr schnelle, also eine sehr kurze Verschlusszeit. Früher sagte man, dass der Spiegel halt ganz schnell runterklappen soll. Jetzt soll sozusagen das Bild ganz schnell auf den Sensor gemacht werden. Und du musst eine Verschlusszeit, sage ich mal, ungefähr so um die 1 zu 400, würde ich mal anfangen zu probieren einzustellen. Also je nachdem, wie schnell das ist, was sich bewegt. Es kann auch ein Auto sein oder irgendwas anderes, ist völlig egal. Wir machen das jetzt hier mit unseren Haustieren einfach mal. Also umso schneller das Haustier ist, umso kürzer muss auch die Verschlusszeit sein. Also umso schneller der Hund, deine Katze auch ist, dein Hamster, umso schneller der rumläuft. Umso schneller muss der Spiegel beispielsweise oder der Sensor muss runterklappen und dann wird das Foto entsprechend gemacht. Da so ein bisschen rumprobieren, was auf jeden Fall nicht geht. Eine lange Verschlusszeit logischerweise. Also du kannst jetzt hier nicht drei, vier Sekunden belichten, weil sehr wahrscheinlich natürlich das Tier sich in dem Moment auch schon wieder bewegen wird. Was zur Folge hätte, dass das Foto natürlich nicht mehr scharf wäre. Also Parameter 1, einmal die Blende. Parameter 2 ist dann die Verschlusszeit. Und der dritte Parameter ist im Grunde ganz, ganz einfach. Der ISO-Wert und je nachdem wie hell oder wie dunkel es bei dir gerade im Raum ist oder im Haus ist oder wo auch immer du gerade fotografierst, umso höher muss der ISO sein. Also umso dunkler das bei dir zu Hause ist, umso höher muss der ISO sein logischerweise. Und umso heller es draußen ist, umso niedriger muss der ISO sein. Damit du dich aber damit nicht so befassen musst, stellst du den ISO einfach auf Auto. Denn dann macht die Kamera folgendes. Sie sucht sich die passendste Belichtung, sage ich mal, in der Umgebung heraus und gibt dir sozusagen dann automatisch den ISO, den du halt brauchst. Also ISO einfach auf Auto lassen. Der vierte Parameter, der eigentlich auch nicht so wichtig ist, in Anführungsstrichen, wo du so ein bisschen gucken musst, den kannst du vorher schon einstellen. Das ist der Weißabgleich. Und der Weißabgleich, den stellst du ganz einfach auf Automatisch oder auf Tageslicht. Bei Tageslicht-Weißabgleich ist es meistens so, dass der meistens immer so ein bisschen orangener ist. Da sind ein bisschen mehr orangene Anteile drin und beim automatischen Weißabgleich, sage ich mal, ist das ein bisschen neutraler. Da geht es mehr in das Bläuliche hinein. Aber das musst du testen. Auf jeden Fall eins von diesen beiden auswählen. Alle anderen Weißabgleich brauchst du nicht in diesem Fall. Und wie gesagt, da mal so ein bisschen gucken, was für dich von der Stimmung her besser passt. Der fünfte Punkt, der auch nicht, sage ich mal, unwichtig ist, ist einfach der Bildfolgemodus. Also, wir können natürlich logischerweise ein Bild machen, wenn sich das Tier bewegt. Dann haben wir vielleicht Glück gehabt und der Fokus hat auch gerade gesessen auf dem Tier. Oder, was machen wir, was besser ist, was meint ihr? Klar, wir machen eine Serienaufnahme. Was passiert bei der Serienaufnahme? Ich mache logischerweise mehrere Fotos nacheinander. Also ganz, ganz viele in einer gewissen kurzen Reihenfolge. Und wenn sich das Tier bewegt, dann hältst du einfach drauf und machst klick, 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 sage ich mal. Und dann ist auf jeden Fall oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist ein Bild dabei, wo das Tier auch entsprechend dann scharf ist. Wo die Augen auch scharf sind beispielsweise oder die Nasenspitze oder was auch immer du bei dem Tier halt logischerweise scharf stellen möchtest. In der Regel sind es natürlich die Augen, aber da musst du drauf gucken. Und dann wird auf jeden Fall auch ein Bild dabei sein, was in jedem Fall scharf sein wird. Was du machen kannst ist, wenn du die Möglichkeit zu einer langen Brennweite, die ich jetzt hier habe, hast, dann nutze die auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier einmal das Tamron 17 bis 28 Millimeter. 28 Millimeter ist noch relativ weitwinklig, würde jetzt nicht so gut passen. Ich will also vielleicht irgendwo hinter der Couch sitzen, sage ich mal, und will die Katze vor dem Fenster fotografieren, wie sie gerade rausschaut oder sowas. Dann wäre natürlich so eine lange Brennweite viel, viel besser, weil dann kannst du irgendwo in der Ecke sitzen, kannst das Tier so ein bisschen beobachten, was es gerade macht. Und im richtigen Augenblick den einfach abfeuern und dann wird mit Sicherheit auch ein passendes Bild für dich dabei sein. Ja, also du merkst schon, es ist gar nicht so schwer, sage ich mal, ein Tier in freier Wildbahn beispielsweise auch zu fotografieren. Die Parameter werden natürlich dann die gleichen. Mit der Blende kannst du immer so ein bisschen rumspielen, weil natürlich umso offenblendiger du fotografierst, also umso kleiner die Blendenzahl ist. Umso offenblendiger du fotografierst, umso eher ist es wahrscheinlich, dass natürlich nicht alles scharf sein wird. Dann kann es sein, dass nur das Auge scharf sein wird von der Katze oder von dem Hund, was auch immer du fotografierst. Und der Rest eben nicht mehr unbedingt ganz so scharf sein wird. Das heißt, da wieder ein bisschen probieren. Wenn du dann die Blende einfach ein bisschen weiter schließt, dann wird dir ein bisschen Lichtflöten gehen. Aber das kannst du im Grunde dann wieder aufholen, indem ja der automatische ISO eingestellt ist. Die Kamera weiß im Grunde dann, oh okay, es ist gerade noch zu dunkel oder es wird dunkler. Dann schraube ich mal automatisch den ISO einfach ein Stückchen höher, damit das Bild nachher auch optimal belichtet sein wird. Und das war es im Grunde auch schon. Und dann einfach gucken, zwischendurch mal wieder so ein bisschen die Bilder anschauen, so ein bisschen aussortieren, so ein bisschen mal auch reinzoomen. Und wenn du das Bild bewertest, empfehle ich auch immer meinen Workshop-Teilnehmern, schau dir das Bild nicht auf dem Display an. Das Display ist meistens immer etwas verfälschter. Schau dir das Bild auf jeden Fall hier durch den Sucher an, geh richtig ran und zoome dann auch rein. Und dann hast du auch eine optimale Beurteilung deines Bildes. Das nochmal als kleiner Tipp nebenbei. Das war es auch schon. Also ich hoffe, das hat dir so ein bisschen geholfen. Und jetzt weißt du, wie du dein Haustier fotografieren kannst zukünftig. Dein Hamster, dein ganz schnell laufende, deine Rennmaus oder was auch immer du hast. Test es am besten mal aus. Und wenn du weitere Informationen brauchst zum Thema Tierfotografie, dann lass es mich wissen. Schreib gerne mal einen Kommentar unter das Video und dann helfe ich da gerne weiter. Ansonsten nicht vergessen, wie immer, Daumen nach oben, das Video teilen, kommentieren und natürlich die Glocke drücken für alle aktuellen und neuen Videos in deinem Postfach. Falls du Lust hast und Kanalmitglied werden möchtest und das Ganze hier unterstützen möchtest, das ganze Projekt Fotografie und du vor allem mitbestimmen möchtest, dann schau dir mal den Link zur Kanalmitgliedschaft an. Vielleicht ist das was für dich und vielleicht kannst du da ja Mitglied werden. Weitere Informationen wie immer einfach unter dem Video da mal reinklicken. Gut, bis zum nächsten Video. Alles Gute, viel Spaß mit deinen Tierfotos. Wenn du eins hast, schick es mir gerne mal zu. Kannst du gerne machen an moin-herfurt.de, da kann ich es gerne mal beurteilen. Und vielleicht machen wir auch mal eine Bildkritik zum Thema Tierfotografie, aber das dann zu einem späteren Zeitpunkt. In diesem Sinne, bleib gesund, bis zum nächsten Video. Alles Gute, dein Maik. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.